Im Nordwesten der Vereinigten Staaten von Amerika liegt Idaho. Die Indianer haben dem Land seinen Namen gegeben, Idaho, das Licht, das von den Bergen kommt. Der 43. Bundesstaat der USA ist bekannt für tiefe Canyons, malerische Landschaften und seine vielen Namen. Für mich als Farmer ist Idaho der Kartoffelstaat. Achten Sie immer auf unser Idaho-Gütesiegel. Ich würde Idaho den Lachsstaat nennen. Wenn ich Idaho einen Namen geben müsste, wäre es das Land der tollen Pferde. Pferdeflüsterer John hat wie fast die Hälfte aller Einwohner hier deutsche Vorfahren. Die Rocky Mountains Jedes Frühjahr bahnt sich das Schmelzwasser seinen Weg von den Gipfeln in den Snake River, einem der größten Flüsse Nordamerikas. Über 1700 Kilometer lang windet er sich durch Berg- und Hügellandschaften, durch eine vielerorts noch unberührte Natur. Dabei ziehen sich der Fluss und seine Zuläufe durch tiefe Schluchten. Und immer wieder Wasserfälle, wie hier im Naturpark Thousand Springs. Landschaftsmalern hat Idaho viel zu bieten. Christina Kavas und andere Mitglieder der Plain Air Painters of Idaho sind seinen vielfältigen Motiven erlegen. Wir sind eine Gruppe von regionalen Künstlern, die regelmässig überall in Idaho malen. Wir nehmen an Veranstaltungen teil, bei denen wir draussen unter freiem Himmel arbeiten. Für mich ist der eher impressionistische Stil eine große Herausforderung. Wenn ich im Studio bin und nach Fotografien male, kann ich mir so viel Zeit für jedes Detail nehmen, wie ich brauche. Aber hier draußen ändert sich das Licht und der Sonnenstand ständig. Die Schatten, die Wolken bewegen sich und ich muss viel schneller sein. Genau das wollte ich immer lernen. Wer den Snake River und seine Zuflüsse erlebt hat, kann verstehen, dass Idaho auch das Land der vielen Wasser genannt wird. Jahrtausende lang hat der Fluss sein Bett im vulkanischen Gestein ausgewaschen. Zu weiten Seiten des Ufers Basaltklippen. Die nährstoffreiche Erde und das warme Klima lassen Salbei, Wermut und Beifuß gedeihen. Vor gut 150 Jahren brachten deutsche, schottische und baskische Einwanderer Schafe mit hierher. Damals wie heute lebten die Tiere von den Kräutern. Bewacht von Pyrenäenhirtenhunden, getrieben von Border Collies. 1.400 Schafe erzählt die Herde von Miguel, einem Landarbeiter aus Peru. Im Frühjahr zieht er mit ihnen in die Berge, im Herbst in die milderen Täler und im Winter in die Trockengebiete. Schafzüchter Robert Ball gehören die Tiere. 6.000 besitzt er insgesamt. Manchmal schaut er vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Seit Jahren vertraut er auf Hirten aus Südamerika. Die arbeiten sehr gut mit den Schafen. Sie haben in Peru schon viel Erfahrung gesammelt und machen hier einen guten Job. Sie bleiben immer draußen bei der Herde, 365 Tage im Jahr. Die ganze Zeit über sind sie auf sich allein gestellt. Ich komme so ein-, zweimal pro Woche mit Verpflegung und Trinkwasser vorbei. Sie hüten die Schafe nur von ihrem Pferd aus, begleitet von den Hunden. Alles gut? Keine Probleme? Nein, keine Probleme. Alles ruhig. Die vier weißen Hunde hatten kürzlich ein bisschen Ärger mit ein paar Koyoten. Die trauten sich dann aber doch nicht nah ran. Nur sein Radio hat Aussetzer. Ohne Musik wäre es hier draußen etwas trist. Sie vertreibt trübe Gedanken. Wenn ich alleine bin, muss ich Musik hören. Miguel verbringt die Mittagspausen und die Nächte in einem kleinen Wohnwagen auf einem Hügel. Von dort aus kann er die Herde im Auge behalten. Seit zweieinhalb Jahren ist er jetzt schon in den Staaten und mit Roberts Schafen unterwegs. Urlaub kennt Miguel nicht. Noch sechs Monate, dann läuft sein Visum ab. Dann muss er zurück nach Peru, zurück zu seiner Frau und den beiden Kindern. Nur ein Handy und ein kleiner Fernseher. Das ist sein Kontakt zur Außenwelt. Wenn ich arbeite, bin ich lange von meiner Familie getrennt. Aber das muss sein, denn nur so kann ich ihnen eine schöne Wohnung ermöglichen. Es soll ihnen an nichts fehlen. Meine Familie akzeptiert, dass ich so weit weg bin. Das mache ich ja alles nur für sie. Ein paar Wochen wird Miguel in Peru bleiben. Mit einem neuen Visum will er dann möglichst bald zurückkehren nach Idaho, ins Land der Schafe. Zurück an seinen Arbeitsplatz. Im Laufe des Sommers werden die Lämmer von den Muttertieren getrennt. Dann leben sie in eigenen Herden auf den grünen Ebenen. Ist das Land abgegrast, müssen die Tiere umsiedeln auf neue Weidegründe. Meistens werden sie dafür kurzerhand auf riesige Trucks verladen und nicht mehr aufwendig über Land getrieben. Solch ein Transporter bietet auf vier Etagen Platz für 600 Schafe und mehr. Robert Ball ist auch sein eigener Fuhrunternehmer. Die Lastwagen gehören ihm. Drei Trucks braucht er, um seine komplette Herde umzusiedeln. Die ganze Familie hilft. Sie treiben die Tiere, verladen und impfen sie. Doch schon lange läuft das Geschäft nicht mehr so gut wie einst. Es gab früher zwei Millionen Schafe in Idaho. Heute sind es nur noch 200.000. Die meisten Weidegründe sind jetzt den Rindern vorbehalten. Und es gibt nicht mehr so viele, die Lammfleisch mögen. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wer heute immer noch Schafzucht betreibt, muss das mit Herzblut tun. Der Transport mit dem Lastwagen kostet zwar Treibstoff, aber dafür spart Robert die Gebühren, die anfallen würden, wenn er mit den Tieren das Indianerreservat passiert. Wir ziehen mit dieser Herde heute etwa 40 Meilen weiter. In diesem Falle ist es einfacher, sie mit den Trucks dorthin zu bringen, als sie zu treiben. Ein Marsch würde drei Tage dauern. Von Soda Springs nach Hause, das sind 110 Meilen. Für das, was wir uns für die Durchquerung im Reservat abknöpfen, könnte man die Tiere schon komplett verladen. Wenn das Wetter aber zu schlecht ist, um mit den Trucks auf die Weiden zu fahren, dann treiben wir sie nach unten. Nach unten heißt, auf die Weiden im Tiefland der Snake River Ebene. Hier werden die Schafe wieder ausgeladen. Michels peruanischer Kollege steht schon bereit für seine neue Herde. Die Hunde können es kaum erwarten. Das ist halt unser Lebensstil, mit den Schafen im Jahreszyklus zu den verschiedenen Weidegründen zu ziehen und sie aufwachsen zu sehen. Mein Onkel, der die Farm lange geleitet hat, pflegte zu sagen, ein Schafzüchter ist immer froh, wenn er Schatten für die Lämmer findet und wenn er mit ihnen in die Wälder ziehen kann. Es ist einfach eine tolle Art, so zu leben. 640 Kilometer zieht sich die Snake River Ebene durch den Süden Eidehaus. Dabei bildet sie einen fruchtbaren Korridor, ideales Farmland für Gemüse und vor allem für Kartoffeln. Kaum jemand weiß das besser als Farmer James Hoff. Wir sind hier im Osten Eidehaus, südlich von Idaho Falls. Hier ist das Herz der hiesigen Kartoffelproduktion. Das hat Idaho auch den Namen Kartoffelstaat eingebracht. Doch seit einigen Jahren haben die Bauern hier ein Problem. Die Region leidet unter zunehmender Trockenheit. Immer häufiger müssen die Farmer ihre Felder künstlich bewässern. Doch jetzt macht sich James erst einmal Gedanken, wann er seine Ernte einfahren soll. Denn schon bald könnte die Kartoffelsorte namens Burbank soweit sein. Eine Herausforderung bei der Zucht von Burbank-Kartoffeln ist, dass sie sehr anfällig sind und leicht zu Fehlformen neigen. Das kann durch das Wetter oder vom Wasser bedingt sein. Aber hier haben wir eine schöne Auswahl. Die Kleinen hier werden es vermutlich nicht in den Keller schaffen. Die fallen dann durch das Sieb der Erntemaschine, bleiben auf dem Feld liegen und verrotten über den Winter. In Amerika bevorzugt man große Kartoffeln, ausgereift und schalenfest. An der Hoff Lane, benannt nach den Besitzern, liegt die Farm von James Hoff. Schon seit 110 Jahren ist sie im Familienbesitz. Der Urgroßvater kam aus Norwegen. Heute ist die Farm 100 Hektar groß und verfügt sogar über einen eigenen Flugplatz. Und einen Hangar für tief fliegende Flugzeuge. Ich bin nicht nur Farmer in vierter Generation, sondern auch Pilot in der dritten. Ich habe gerade diese 1943er Boeing Stearman restauriert. Der Umbau hat zehn Jahre gedauert. Ein fast identischer Doppeldecker gehört seinem Vater Bob. Weil wir Landwirte sind und viel fliegen, nennt man uns die fliegende Farmerfamilie. Fliegen und Flugzeuge restaurieren, das ist Bobs große Leidenschaft. Mein Vater lernte das Fliegen 1938. Meine Mutter lernte es dann 1948. Und schließlich lernten wir Kinder es. Meine Schwestern, meine Brüder, alle lernten es. Manche Leute gehen halt angeln, manche jagen und andere fliegen. Und das tun die beiden Männer fast jeden Tag. Die Doppeldecker von Boeing Stearman wurden in den 1930er und 40er Jahren als militärische Übungsmaschinen gebaut. Nach dem Krieg setzte man sie als Sprühflugzeuge in der Landwirtschaft ein. Heute kreisen sie mit 450 PS über die Felder. Es ist schon eine bemerkenswerte Erfahrung, in einem Flugzeug zu sitzen, das fast genauso aussieht wie das von meinem Vater. Die gleiche Leidenschaft zu teilen wie er, die Liebe und den Spaß am Fliegen, das als Familie gemeinsam zu tun, ist einfach wundervoll. Aber der Flug hat auch praktische Gründe. Heute sind wir draußen, um die Felder zu inspizieren. Wir wollen sehen, wie die Bewässerungsmuster wirken und wie gesund die Pflanzen aussehen. Man kann so vieles aus der Luft besser beurteilen. Für uns ist das inzwischen von großem Nutzen. Die Hoffs verbinden gern das Nützliche mit dem Angenehmen. Meistens gehen wir in die Luft, weil es Spaß macht. Es gibt für mich nichts Schöneres, als in einem offenen Doppeldecker wie diesem zu sitzen. Ich erzähle den Leuten immer, dass ich am liebsten im Frühling oben bin. Der erste Flug der Saison, da bleibt dir die Luft weg. Das Gefühl ist mit nichts zu vergleichen. Wind in den Haaren. Das fühlt sich an, als hätte man echt guten Wind in den Segeln. Oder als sei man ein Adler, der hoch über den Bergen schiebt. Davon abgesehen, dass das alles ein bisschen schneller passiert. Mit deutlich weniger PS ist er auf seiner Harley unterwegs, zu seinen Eltern. Zum Abendessen gibt es selbstverständlich frisch gebackene Idaho-Kartoffeln. Wobei James einen speziellen Serviervorschlag parat hat. Wenn die Kartoffel gebacken und fertig zum Anrichten ist, nimmt man sie aus dem Ofen, rollt sie über den Teller und drückt sie mit den Fingern zusammen. Dabei aufpassen, sie ist immer noch sehr heiß. Wenn sie dann innen schön locker ist und die Haut nicht beschädigt, nehmen wir die Gabel und stechen damit diagonal ein. Das machen wir nochmal und nochmal bis zum Ende, damit sie sich schön öffnet. Wenn man damit fertig ist, nimmt man die Kartoffel und formt eine Blüte. Eine perfekte Idaho-Kartoffelblume. Und dann beginnt endlich die langersehnte Ernte. Zwei Traktoren mit ihren Kartoffelrodern bearbeiten vier bis acht Feldreihen, je nach Größe der Maschine. Sie durchsieben die Erde und daunten ab. Die Erdäpfel gelangen auf ein Förderband und über einen Ausleger auf die nebenherfahrenden Lastwagen. Doch dann passiert's. Eine Querstrebe bricht und James muss selber Hand anlegen. Als Kartoffelfarmer schlüpfst du in viele Rollen. Du bist Züchter, Unternehmer, Schweißer, Verarbeiter, Mechaniker. Man braucht viele Fähigkeiten als Landwirt. Oder wie ich immer sage, wir können alles, aber nichts richtig. Der Ausleger funktioniert wieder und es kann weitergehen. Sechs Lastwagen stehen bereit, um die geernteten Kartoffeln aufzunehmen. Im fliegenden Wechsel. Der Truck fährt jetzt an den Keller heran. Und dort rückwärts. Bis an die Füllanlage. Das Füllen bzw. Aufschichten der Kartoffeln beginnt am Boden und geht dann hoch auf über fünf Meter. Kartoffeln mit Mängeln werden aussortiert. Während der Wachstumsphase war schwer abzuschätzen, wie die Qualität sein würde. Aber jetzt haben wir mit der Ernte begonnen und ich bin wirklich positiv überrascht über die hohe Qualität meiner Kartoffel. Allerdings ist die reiche Ernte teuer erkauft. Der Snake River zahlt den Preis für die Bewässerung in der Landwirtschaft. Im Frühjahr ist der Fluss noch ein reißender Strom, doch im Laufe des Sommers fällt er stellenweise völlig trocken. An den Shoshoni-Wasserfällen wird das besonders deutlich. Wo sich sonst riesige Wassermassen 65 Meter tief die Felsen hinabstürzen, tröpfelt Anfang August nur noch ein Rinnensaal. Das hat auch Auswirkungen auf den Fischbestand. Den Rotlachsen, die ab Juli vom Pazifik die Flüsse hinaufziehen, machen sinkender Wasserstand und steigende Wassertemperatur zu schaffen. Außerdem versperren ihnen Staudämme und Schleusen den Weg. Fischtreppen sollen weiterhelfen. 1992 entdeckte man nur noch ein einziges Rotlachsmännchen, das es über den Columbia und Snake River bis in den Oberlauf des Salmon River schaffte. Ein Zuchtprogramm hat dem Fischmann neue Artgenossen beschert und sorgt jetzt dafür, dass die Lachse in Idaho nicht aussterben. In diesem See wurden gezüchtete Lachse verschiedenen Alters ausgesetzt. Ob die Wiederansiedlung auch erfolgreich verläuft, kontrollieren die Biologen Christine Kowskai und Curtis Plaster. Wir fahren jetzt zum Redfish Lake. Wir wollen dort die Rotlachse beobachten, die gerade laichen. Diese Rotlachse machen die längste Reise von allen. Vom Redfish Lake bis zum Meer sind es etwa 900 Meilen. Wenn sie später als Erwachsene heimkehren, müssen sie die gleiche Strecke noch einmal zurücklegen. Sie ist die längste Rotlachs-Reiseroute der Welt. Der Redfish Lake liegt auf knapp 2000 Meter Höhe in den Sawtooth Mountains. Einst kamen hier im Sommer und Herbst so viele Lachse zum Laichen, dass die Oberfläche des Sees rot schimmerte, erzählt man. Doch solche Zeiten gehören längst der Vergangenheit an. Die Biologen schöpfen nun wieder Hoffnung, dass sich die Zucht und Wiederansiedlung der Lachse dauerhaft auszahlen wird. Schon Ende der 1990er Jahre wurden die ersten Heimkehrer gesichtet. Seit einiger Zeit kommen in jeder Saison über 1000 Lachse zurück. Aber es gibt auch Rückschläge. Dieses Jahr hatten wir weniger als 100 Lachse, die es bis Idaho schafften. Denn die Rückkehrer mussten mit extremen Wassertemperaturen kämpfen. Im Columbia und Snake River waren die Temperaturen viel zu warm. Deshalb kamen nicht so viele Fische wie sonst. Aber weil wir das Nachzuchtprogramm haben, hatten wir sozusagen ein Sicherheitsnetz. Mit dem Samen der gefangenen Männchen und den Eiern der Weibchen werden jedes Jahr hunderte Rotlachse nachgezüchtet. So hatten wir genug Fische zur Verfügung, um 500 Lachse im See auszusetzen. Gemeinsam mit den Wildlachsen sollen sie nun den Bestand aufpeppen. In diesem See laichen sie in drei bis fünf Metern Tiefe. Das Wasser ist hier sehr klar. Das macht es möglich, die Laichaktivitäten der Lachse zu beobachten und zu dokumentieren, ob sie bereits ihre Eier abgelegt haben oder noch nicht. Die Nachzucht trägt Früchte. 2008 sahen wir mehr Lachse die Flüsse hinaufsteigen als in den 17 Forschungsjahren zuvor. Für uns ist es ein Erfolg, dass die Fische jetzt in grösserer Zahl ihren Weg vom Ozean zurückfinden als in der Vergangenheit. Irgendwie ist das in ihrem Hirn gespeichert. Die Lachse haben sich über eine so lange Zeit entwickelt, dass dies bei ihnen genetisch verankert ist. Sie wissen, wohin sie ziehen müssen und wann. Und sie wissen, was sie tun müssen, wenn sie am Ziel sind. Das liebe ich am meisten an unserem Zuchtprogramm. Wir können diese Tiere in Gefangenschaft halten, bis sie ausgesetzt werden und doch vermehren sie sich erfolgreich. Am Ende ihrer Wanderung sterben die Fische allerdings. Wie alle Pazifik-Lachse erleben sie nur eine Laichzeit. Der immer gleiche Zyklus. Ihre Nachkommen werden sich im Erwachsenenalter auf den Weg zum Ozean machen, um später wiederzukehren an den Ort, wo sie geschlüpft sind. Die Lachse sind nicht das Einzige, was die Flüsse Eiderhaus zu bieten haben. Im 19. Jahrhundert lockten sie Glücksritter aus aller Welt ins Land, die in den Gewässern nach Gold und Silber schürften. Glaubt man Roger Nelson, ist in Silver City noch heute Edelmetall zu finden. 1863 kam eine Gruppe von Schürfern den Canyon hinauf. Einer von ihnen hielt eine Pfanne ins Wasser des Jordan Creeks. Und er fand Farbe, wie sie es nannten. Um Edelmetalle zu finden, muss man den richtigen Sand nehmen, in die Pfanne füllen und schwenken. Gold ist schwer, Gold sinkt auf den Boden, während der Sand und alles andere oben ausgespült wird. Manche können das richtig gut. Genau da. Da sind noch mehr Körner. Das ist sogenanntes Staubgold. Staubfeines Edelmetall, gebunden an Quarz. Wenn es roter Quarz ist, hat man Silber gefunden. Wenn es normaler weißer Quarz ist, Gold. Gold. 25 Jahre lang erlebte Silver City dank seiner Minen einen regelrechten Boom. Der Ort bekam als erste Stadt in Idaho Strom- und Telefonleitungen. 70 Gebäude aus dieser Zeit gibt es noch. Manche dienen als Wochenendhaus. Die meisten gehören den Nachfahren der Minenarbeiter. Viele von ihnen haben deutsche Wurzeln. Fast die Hälfte der Einwohner von Idaho ist deutschstämmig. Auch Roger Nelsons Großvater kam aus Deutschland. Ein Besuch in der Geisterstadt motivierte Roger vor ein paar Jahren, das hiesige Hotel zu kaufen. Und den Drugstore, fasziniert von der Geschichte des ersten Besitzers namens Gettiels. Gettiels kam aus Pennsylvania, 1874. Er heiratete ein Mädchen, das hier im Hotel gebogen war. Die beiden hatten etliche Kinder und ein gutes Leben. Bis seine Frau an einer Zahninfektion starb. Was ihn dazu brachte, im Ort einen Zahnarzt anzusiedeln. Das hier war die erste und einzige Zahnarztpraxis der Stadt. Ganz schön furchteinflößend. Das ist ein Zahnarztstuhl aus den 1890ern, mit Rosshaarpolstern. Er hatte sogar gepolsterte Kopfstützen, damit man stillhielt, während der Zahnarzt seine Arbeit verrichtete. Damals waren die Instrumente auf dem neuesten Stand. Das sind die Zahnwerkzeuge. Hier am Ende schraubte man eine Nadel an. Da in der Mitte kam irgendein Betäubungsmittel rein. Und dann stach der Dentist mit einer gigantischen Nadel in den Gaumen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, früher Patient gewesen zu sein. Denn das alles scheint doch eher für Pferde geeignet. Als die Edelmetalladern versiegten, interessierte sich kaum noch einer für den unzugänglichen Ort. Für heutige Besucher der Geisterstadt sind Allradfahrzeuge hilfreich. Das Idaho Hotel war schon zu Goldrauschzeiten das Herz der Stadt. Jetzt, aufwendig restauriert, ist es der ganze Stolz von Roger und seiner Ehefrau Jerry, die sich um die Küche und die Übernachtungsgäste kümmert. Wir haben ungefähr 10.000 Besucher pro Jahr in Silver City. Und davon übernachten etwa 750 im Hotel. Ein bis zwei Nächte im Schnitt. In originalen Zimmern von Anno Dazumal. Wir haben alles so authentisch wie möglich belassen. Die meisten Möbel in den Zimmern stammen von hier. Nur ein paar Stücke aus der Zeit haben wir dazu gekauft. Die Betten und Kommoden sind Originale. Keines der Zimmer hat Bäder, Duschen, Toilette oder Waschbecken. Das gab es damals noch nicht. Und wir lassen es dabei. Es gibt es nur auf dem Gang. Die meisten Gäste haben kein Problem damit. Nur manche zieren sich etwas. Dafür sind alle Zimmer aus der Zeit von 1860 bis 1890. Der Saloon ist ebenfalls authentisch restauriert. Roger, der passionierte Zimmermann, hat alles mit Hilfe seiner Freunde selbst gemacht. Das Hotel wurde 1863 gebaut und hat so seine Probleme. Es stand 30 Jahre lang leer, was noch mehr Probleme mit sich bringt. Ein leer stehendes Gebäude altert doppelt so schnell wie ein bewohntes. Doch wenn du ein Gebäude liebst, dann wird es für dich stehen bleiben. Wenn du es ablehnst, stirbt es. Roger hat seinem Hotel neues Leben eingehaucht. Ich bin bewegt. Bewegt von den Menschen, die mir geholfen haben. Und von der Liebe, die andere Leute dem Ort entgegenbringen. Kein Platz, um reich zu werden. Aber ein schöner Platz zum Leben. Bei Hell's Gate weitet sich der Snake River und verbindet sich mit dem Clear Water. Hier liegen die Zwillingsstädte Lewiston und Clarkston. Letztere gehört zu Oregon. Ihr gemeinsamer Hafen ist sogar für Hochseeschiffe tauglich. Er ist der am weitesten im Inland gelegene Seehafen der Westküste. Das Stadtbild von Lewiston wird von einer gigantischen Papierfabrik geprägt. Auf den Hügeln oberhalb der Stadt erstreckt sich einer der nördlichsten Weinberge der USA. Hier gedeihen dank des Klimas und der Böden zum Beispiel Merlot und Chardonnay-Trauben. Die Idee, in Idaho Wein anzubauen, hatten Carl und Coco Jumica vor elf Jahren. Carl kann ein wenig Deutsch. Seine Vorfahren kamen aus der Schweiz. Das sind Chardonnay-Trauben. Daraus machen wir Weißwein. Diese Reben haben wir 2009 gepflanzt. Das sind also alles noch recht junge Rebstöcke. Aber dieses Jahr ist außergewöhnlich heiß. Deshalb sind die Trauben sehr schnell gereift. Wir sind mit der Ernte gut zwei bis drei Wochen früher dran als sonst. Hier im Lewis- und Clarktal liegen wir ungefähr 230 Meter über dem Meeresspiegel. Und wir haben ein sehr warmes Klima. Unsere Sommer sind lang, heiß und trocken. Die Winter und das anfängliche Frühjahr hingegen sind sehr feucht. Das heißt, wir bekommen zur rechten Zeit genügend Regen. Und während der Wachstumsphase ist es dann schön trocken. Sodass wir die Entwicklung des Weins gut mit gezielter Bewässerung kontrollieren können. Und nicht vom Wetter überrascht werden. Wein wurde hier schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Siedlern aus Deutschland und Frankreich erfolgreich angebaut. Doch dann kam die Prohibition. Alkohol wurde verboten und der Rebensaft geriet in Vergessenheit. Bis die Clearwater Canyon Kellerei einen Neuanfang wagte. Wir wollten zusammenbleiben, denn wir fürchteten schon verschiedene Lebenswege gehen zu müssen. Ich als Mikrobiologin, er als Chemiker. Auf unserer Familienfarm, die nächstes Jahr 100 Jahre alt wird, Wein anzubauen, bedeutet sehr viel für uns. Prestige und Ehre an dem Ort, den wir unser Zuhause nennen. Den Weinbau gemeinsam zu betreiben, etwas zu erschaffen, das wir auch selbst gern trinken, geht weit über einen normalen Job hinaus. Wir haben nie um fünf Feierabend. Unsere Gedanken kreisen ständig um den Wein. Schon früh am Morgen und das jeden Tag. Es ist eine Leidenschaft. Nichts wird dem Zufall überlassen. Coco kontrolliert persönlich den Süßegrad des Mostes, der später den Alkoholgehalt bestimmt. 22,5. Perfekt. Im kleinen, aber feinen Keller lagern prämierte Spitzenweine in Eichenfässern. Letztes Jahr konnten wir zwei unserer Sorten unter den besten 25 im Nordwesten des Landes platzieren. Das hier ist unser Merlot, der den 23. Platz unter den besten 100 Weinen vor zwei Jahren belegte. Wein aus unserem Louis- und Clarktal. Das ist wichtig für uns, denn damit sind wir richtige Winzer. Dafür belohnt zu werden, ist großartig. Danke. Das ist ein großartiger Wein. Danke. Cheers. Cheers. Ein Land der Weine ist Idaho also auch. Idaho, das Land der vielen Namen. Die Indianer nannten es ... ... Bergen kommt. Für sie ist es aber auch das Land der Pferde. Eine Rasse hat über Amerikas Grenzen hinaus Bekanntheit erlangt. Die Appaloosas mit ihren typischen Fellmustern. Das ist die einzige Pferderasse, die je von Indianern gezüchtet wurde. Vom Stamm der Nespers vor etwa 200 bis 300 Jahren. John und Rosa Year Out setzen diese Tradition fort. Sie halten ihre Tiere so wild wie möglich in den Bergen oberhalb von Louis-Ton. John, Cowboy mit deutschen Wurzeln, bildet die Pferde aus. Ehefrau Rosa vom Stamme der Nespers führt das Zuchtbuch. Die Nespers hatten auch andere Pferde. Aber sie bevorzugten die Appaloosas für ihre vielen guten Eigenschaften. Trittsicherheit im Gelände, Stievermögen und Herz, die ganze Ausdauer und für ihr freundliches Wesen. Weil es inzwischen auch so viele weiße Appaloosa-Züchter gibt, setzt der Stamm auf neue Kreuzungen. Das ist das neue Nespers-Pferd, eine Kreuzung zwischen Achal-Tekinern und Appaloosas. Unser Stamm war immer schon fortschrittlich in der Pferdezucht. Der Achal-Tekiner ist ein antikes Pferd aus Turkmenistan, mit starker Kondition, kräftigen Beinen und anderen Eigenschaften, die sehr gut in unser Zuchtprogramm passen. Wir haben jetzt schon einige Hundert von diesen neuen Nespers-Pferden im Stamm registriert. Unser Hengst hier ist schon über 20 Jahre alt. Die positiven Eigenschaften der neuen Pferde sind das Ergebnis von langjähriger Selektion und der natürlichen Haltung der Tiere in den Bergen Eiderhaus. Die meisten Nespers-Indianer leben bis heute in Reservaten wie in Labway. Hier liegt auch die Sweetwater Appaloosa Ranch von John und Rosa. Im Paddock bildet John junge Pferde aus. Zuerst einmal zeige ich dem Tier, wer hier das Sagen hat. Dafür lasse ich es laufen und treibe es an. Ich sage ihm, dass ich der Boss bin. Man sieht, dass es die Ohren zu mir richtet. Es kaut und leckt die Lippen. Alles Zeichen, dass es sich unterwirft. Dann halte ich es an. Dann schaut es nach mir und sagt mir damit, ich bin bereit zu trainieren. Ich weiß noch, wie mein Vater mich früher auf ein wildes Pferd setzte und sagte, halte durch. Dann wurde der Wille des Tieres gebrochen. Aber ich habe von anderen und aus eigener Erfahrung gelernt, wie man ein Pferd lesen kann. Und dass es viel einfacher ist, sie auf sanfte Art zuzureiten. Siehst du, wie es mir folgt? Auf die sanfte Tour macht John, der Pferdeflüsterer, das Tier gefügig. Man macht es klein, denn es sind Fluchttiere. Fast spielerisch, auf moderne Westernart, gewöhnt er junge Pferde an Sattel, Decke und Zaumzeug. Das Tier begreift schnell, dass es vor vielem keine Furcht haben muss und in seiner Bewegungsfreiheit kaum eingeschränkt wird. Dann gibt John dem Pferd erste Reitbefehle und stößt dabei dann doch auf Widerstand. Langsam versucht er dem Pferd alle Ängste zu nehmen. Geduldig gewöhnt er das Tier an Dinge, die es erschrecken könnten, um später beim Reiten keine Überraschungen mit ihm zu erleben. Die einzige Bestrafung, wenn es sich aus Angst wegbewegt, ist, dass ich es so wieder zurückhole. Eins ist besonders wichtig. In diesem rauen, steilen Land hier braucht man ein Pferd, das sicher ist, dass sich nicht bei der ersten Störung so erschreckt und vielleicht von der Klippe springt. Denn sonst bist du tot. Deshalb trainieren wir sie vor allem, gut und sicher im Gelände zu gehen. Ich gebe dieses Wissen an meine Kinder und Enkel weiter. Ich bin zwar kein Profi, aber ich weiß, was ich will, was wir auf der Ranch brauchen. Kein Treten und Beißen. Solide, freundliche Pferde. Und dann sind die Enkel an der Reihe, zu zeigen, was sie gelernt haben. Allen voran die 14-jährige Joyce. Ich liebe Pferde. Es macht so viel Spaß zu reiten. Ich vergesse dabei immer alle Probleme, die ich so habe. Es gibt nichts Schöneres, als mit Freunden und der Familie auszureiten. Doch das Reiten müssen viele Indianer erst lernen. Die Familie Year Out hat es übernommen, den Nachwuchs des Stammes der Nespers, die sich selber Nimiipu, das Volk nennen, zu unterrichten. Zuerst stehen Gleichgewichtsübungen auf dem Programm. Die Nimiipu hatten Pferde seit dem 18. Jahrhundert, vielleicht sogar früher. Jedenfalls hatten wir immer Pferde. Aber die Pferdezucht ging zurück, als immer mehr Stammesbrüder in die Städte zogen, wo es keinen Platz für die Tiere gab. Aber jetzt schaffen sich wieder mehr Leute Pferde an. Nur das Reiten müssen sie noch üben. So manche alte Traditionen konnten die Menschen in Idaho bewahren. Bis heute. Und einige wurden sogar mit neuem Leben erfüllt. Im Land der vielen Namen. Mit deutschen Wurzeln. Schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Siedlern aus Deutschland und Frankreich erfolgreich angebaut. Doch dann kam die Prohibition. Alkohol wurde verboten und der Rebensaft geriet in Vergessenheit. Bis die Clearwater Canyon Kellerei einen Neuanfang wagte. Wir wollten zusammenbleiben, denn wir fürchteten schon, verschiedene Lebenswege gehen zu müssen. Ich als Mikrobiologin, er als Chemiker. Auf unserer Familienfarm, die nächstes Jahr 100 Jahre alt wird, Wein anzubauen, bedeutet sehr viel für uns. Prestige und Ehre an dem Ort, den wir unser Zuhause nennen. Den Weinbau gemeinsam zu betreiben, etwas zu erschaffen, das wir auch selbst gern trinken, geht weit über einen normalen Job hinaus. Wir haben nie um fünf Feierabend. Unsere Gedanken kreisen ständig um den Wein. Schon früh am Morgen und das jeden Tag. Es ist eine Leidenschaft. Nichts wird dem Zufall überlassen. Coco kontrolliert persönlich den Süßegrad des Mostes, der später den Alkoholgehalt bestimmt. 22,5. Perfekt. Im kleinen, aber feinen Keller lagern prämierte Spitzenweine in Eichenfässern. Letztes Jahr konnten wir zwei unserer Sorten unter den besten 25 im Nordwesten des Landes platzieren. Das hier ist unser Merlot, der den 23. Platz unter den besten 100 Weinen vor zwei Jahren belegte. Wein aus unserem Louis- und Clarktal. Das ist wichtig für uns, denn damit sind wir richtige Winzer. Dafür belohnt zu werden, ist großartig. Ein Land der Weine ist Idaho also auch. Idaho, das Land der vielen Namen. Die Indianer nannten es ... ... Bergen kommt. Für sie ist es aber auch das Land der Pferde. Eine Rasse hat über Amerikas Grenzen hinaus Bekanntheit erlangt. Die Appaloosas mit ihren typischen Fellmustern. Es ist die einzige Pferderasse, die je von Indianern gezüchtet wurde. Vom Stamm der Nespers vor etwa 200 bis 300 Jahren. John und Rosa hier out setzen diese Tradition fort. Sie halten ihre Tiere so wild wie möglich in den Bergen oberhalb von Lewiston. John, Kaup. 6000 besitzt er insgesamt. Manchmal schaut er vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Seit Jahren vertraut er auf Hirten aus Südamerika. Die arbeiten sehr gut mit den Schafen. Sie haben in Peru schon viel Erfahrung gesammelt und machen hier einen guten Job. Sie bleiben immer draußen bei der Herde. 365 Tage im Jahr. Die ganze Zeit über sind sie auf sich allein gestellt. Ich komme so ein, zweimal pro Woche mit Verpflegung und Trinkwasser vorbei. Sie hüten die Schafe nur von ihrem Pferd aus, begleitet von den Hunden. Alles gut? Keine Probleme? Nein, keine Probleme. Alles ruhig. Die vier weißen Hunde hatten kürzlich ein bisschen Ärger mit ein paar Koyoten. Die trauten sich dann aber doch nicht nah ran. Nur sein Radio hat Aussetzer. Ohne Musik wäre es hier draußen etwas trist. Sie vertreibt trübe Gedanken. Wenn ich alleine bin, muss ich Musik hören. Miguel verbringt die Mittagspausen und die Nächte in einem kleinen Wohnwagen auf einem Hügel. Von dort aus kann er die Herde im Auge behalten. Seit zweieinhalb Jahren ist er jetzt schon in den Staaten und mit Roberts Schafen unterwegs. Urlaub kennt Miguel nicht. Noch sechs Monate, dann läuft sein Visum ab. Dann muss er zurück nach Peru. Zurück zu seiner Frau und den beiden Kindern. Nur ein Handy und ein kleiner Fernseher. Das ist sein Kontakt zur Außenwelt. Wenn ich arbeite, bin ich lange von meiner Familie getrennt. Aber das muss sein. Denn nur so kann ich ihnen eine schöne Wohnung ermöglichen. Es soll ihnen an nichts fehlen. Meine Familie akzeptiert, dass ich so weit weg bin. Das mache ich ja alles nur für sie. Ein paar Wochen wird Miguel in Peru bleiben. Mit einem neuen Visum will er dann möglichst bald zurückkehren nach Idaho, ins Land der Schafe. Zurück an seinen Arbeitsplatz. Im Laufe des Sommers werden die Lämmer von den Muttertieren getrennt. Dann leben sie in eigenen Herden auf den grünen Ebenen. Ist das Land abgegrast, müssen die Tiere umsiedeln auf neue Weidegründe. Meistens werden sie dafür kurzerhand auf riesige Trucks verladen und nicht mehr aufwendig über Land getrieben. Denn die Rückkehrer mussten mit extremen Wassertemperaturen kämpfen. Im Columbia und Snake River waren die Temperaturen viel zu warm. Deshalb kamen nicht so viele Fische wie sonst. Aber weil wir das Nachzuchtprogramm haben, hatten wir sozusagen ein Sicherheitsnetz. Mit dem Samen der gefangenen Männchen und den Eiern der Weibchen werden jedes Jahr hunderte Rotlachse nachgezüchtet. So hatten wir genug Fische zur Verfügung, um 500 Lachse im See auszusetzen. Gemeinsam mit den Wildlachsen sollen sie nun den Bestand aufpeppen. In diesem See laichen sie in drei bis fünf Metern Tiefe. Das Wasser ist hier sehr klar. Das macht es möglich, die Laichaktivitäten der Lachse zu beobachten und zu dokumentieren, ob sie bereits ihre Eier abgelegt haben oder noch nicht. Die Nachzucht trägt Früchte. 2008 sahen wir mehr Lachse die Flüsse hinaufsteigen als in den 17 Forschungsjahren zuvor. Für uns ist es ein Erfolg, dass die Fische jetzt in grösserer Zahl ihren Weg vom Ozean zurückfinden als in der Vergangenheit. Irgendwie ist das in ihrem Hirn gespeichert. Die Lachse haben sich über eine so lange Zeit entwickelt, dass dies bei ihnen genetisch verankert ist. Sie wissen, wohin sie ziehen müssen und wann. Und sie wissen, was sie tun müssen, wenn sie am Ziel sind. Das liebe ich am meisten an unserem Zuchtprogramm. Wir können diese Tiere in Gefangenschaft halten, bis sie ausgesetzt werden. Und doch vermehren sie sich erfolgreich. Am Ende ihrer Wanderung sterben die Fische allerdings. Wie alle Pazifik-Lachse erleben sie nur eine Laichzeit. Der immer gleiche Zyklus. Ihre Nachkommen werden sich im Erwachsenenalter auf den Weg zum Ozean machen, um später wiederzukehren an den Ort, wo sie geschlüpft sind. Die Lachse sind nicht das Einzige, was die Flüsse Eiderhows zu bieten haben. Im 19. Jahrhundert lockten sie Glücksritter aus aller Welt ins Land, die in den Gewässern nach Gold und Silber schürften. Der Saloon ist ebenfalls authentisch restauriert. Roger, der passionierte Zimmermann, hat alles mit Hilfe seiner Freunde selbst gemacht. Das Hotel wurde 1863 gebaut und hat so seine Probleme. Es stand 30 Jahre lang leer, was noch mehr Probleme mit sich bringt. Ein leer stehendes Gebäude altert doppelt so schnell wie ein bewohntes. Doch wenn du ein Gebäude liebst, dann wird es für dich stehen bleiben. Wenn du es ablehnst, stirbt es. Roger hat seinem Hotel neues Leben eingehaucht. Ich bin bewegt. Bewegt von den Menschen, die mir geholfen haben. Und von der Liebe, die andere Leute dem Ort entgegenbringen. Kein Platz, um reich zu werden, aber ein schöner Platz zum Leben. Bei Hell's Gate weitet sich der Snake River und verbindet sich mit dem Clearwater. Hier liegen die Zwillingsstädte Lewiston und Clarkston. Letztere gehört zu Oregon. Ihr gemeinsamer Hafen ist sogar für Hochseeschiffe tauglich. Er ist der am weitesten im Inland gelegene Seehafen der Westküste. Das Stadtbild von Lewiston wird von einer gigantischen Papierfabrik geprägt. Auf den Hügeln oberhalb der Stadt erstreckt sich einer der nördlichsten Weinberge der USA. Hier gedeihen dank des Klimas und der Böden zum Beispiel Merlot und Chardonnay-Trauben. Die Idee, in Idaho Wein anzubauen, hatten Karl und Koko Jumika vor elf Jahren. Karl kann ein wenig Deutsch. Seine Vorfahren kamen aus der Schweiz. Das sind Chardonnay-Trauben. Wir haben ein kürziger Boeing Stearman restauriert. Der Umbau hat zehn Jahre gedauert. Ein fast identischer Doppeldecker gehört seinem Vater Bob. Weil wir Landwirte sind und viel fliegen, nennt man uns die fliegende Farmerfamilie. Fliegen und Flugzeuge restaurieren, das ist Bobs große Leidenschaft. Mein Vater lernte das Fliegen 1938. Meine Mutter lernte es dann 1948. Und schließlich lernten wir Kinder es. Meine Schwestern, meine Brüder, alle lernten es. Manche Leute gehen halt angeln, manche jagen und andere fliegen. Und das tun die beiden Männer fast jeden Tag. Die Doppeldecker von Boeing Stearman wurden in den 1930er und 40er Jahren als militärische Übungsmaschinen gebaut. Nach dem Krieg setzte man sie als Sprühflugzeuge in der Landwirtschaft ein. Heute kreisen sie mit 450 PS über die Felder. Es ist schon eine bemerkenswerte Erfahrung, in einem Flugzeug zu sitzen, das fast genauso aussieht, wie das von meinem Vater. Die gleiche Leidenschaft zu teilen wie er, die Liebe und den Spaß am Fliegen, das als Familie gemeinsam zu tun, ist einfach wundervoll. Aber der Flug hat auch praktische Gründe. Heute sind wir draußen, um die Felder zu inspizieren. Wir wollen sehen, wie die Bewässerungsmuster wirken und wie gesund die Pflanzen aussehen. Man kann so vieles aus der Luft besser beurteilen. Für uns ist das inzwischen von großem Nutzen. Die Hoffs verbinden gern das Nützliche mit dem Angenehmen. Meistens gehen wir in die Luft, weil es Spaß macht. Es gibt für mich nichts Schöneres, als in einem offenen Doppeldecker wie diesem zu sitzen. Ich erzähle den Leuten immer, dass ich am liebsten im Frühling oben bin. Der erste Flug der Saison, da bleibt dir die Luft weg. Das Gefühl ist mit nichts zu vergleichen. Wind in den Haaren. Das fühlt sich an, als hätte man echt guten Wind in den Segeln. Oder als sei man ein Adler, der hoch über den Bergen schiebt. Davon abgesehen, dass das alles ein bisschen schneller passiert. Mit deutlich weniger PS ist er auf seiner Harley unterwegs, zu seinen Eltern. Wenn dich über Land getrieben. Solch ein Transporter bietet auf vier Etagen Platz für 600 Schafe und mehr. Robert Ball ist auch sein eigener Fuhrunternehmer. Die Lastwagen gehören ihm. Drei Trucks braucht er, um seine komplette Herde umzusiedeln. Die ganze Familie hilft. Sie treiben die Tiere, verladen und impfen sie. Doch schon lange läuft das Geschäft nicht mehr so gut wie einst. Es gab früher zwei Millionen Schafe in Idaho. Heute sind es nur noch 200.000. Die meisten Weidegründe sind jetzt den Rindern vorbehalten. Und es gibt nicht mehr so viele, die Lammfleisch mögen. Das hat nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Wer heute immer noch Schafzucht betreibt, muss das mit Herzblut tun. Der Transport mit dem Lastwagen kostet zwar Treibstoff, aber dafür spart Robert die Gebühren, die anfallen würden, wenn er mit den Tieren das Indianerreservat passiert. Wir ziehen mit dieser Herde heute etwa 40 Meilen weiter. In diesem Falle ist es einfacher, sie mit den Trucks dorthin zu bringen, als sie zu treiben. Ein Marsch würde drei Tage dauern. Von Soda Springs nach Hause, das sind 110 Meilen. Für das, was wir uns für die Durchquerung im Reservat abknöpfen, könnte man die Tiere schon komplett verladen. Wenn das Wetter aber zu schlecht ist, um mit den Trucks auf die Weiden zu fahren, dann treiben wir sie nach unten. Nach unten heißt, auf die Weiden im Tiefland der Snake River Ebene. Hier werden die Schafe wieder ausgeladen. Michels peruanischer Kollege steht schon bereit für seine neue Herde. Die Hunde können es kaum erwarten. Das ist halt unser Lebensstil, mit den Schafen im Jahreszyklus zu den verschiedenen Weidegründen zu ziehen und sie aufwachsen zu sehen. Mein Onkel, der die Farm lange geleitet hat, pflegte zu sagen, ein Schafzüchter ist immer froh, wenn er Schatten für die Lämmer findet und wenn er mit ihnen in die Wälder ziehen kann. Es ist einfach eine tolle Art zu... Der Achal-Tekina ist ein antikes Pferd aus Turkmenistan, mit starker Kondition, kräftigen Beinen und anderen Eigenschaften, die sehr gut in unser Zuchtprogramm passen. Wir haben jetzt schon einige Hundert von diesen neuen Nesperspferden im Stamm registriert. Unser Hengst hier ist schon über 20 Jahre alt. Die positiven Eigenschaften der neuen Pferde sind das Ergebnis von langjähriger Selektion und der natürlichen Haltung der Tiere in den Bergen Eiderhaus. Die meisten Nespers-Indianer leben bis heute in Reservaten wie in Labway. Hier liegt auch die Sweetwater-Appalooza-Ranch von John und Rosa. Im Paddock bildet John junge Pferde aus. Zuerst einmal zeige ich dem Tier, wer hier das Sagen hat. Dafür lasse ich es laufen und treibe es an. Ich sage ihm, dass ich der Boss bin. Man sieht, dass es die Ohren zu mir richtet. Es kaut und leckt die Lippen. Alles Zeichen, dass es sich unterwirft. Dann halte ich es an. Dann schaut es nach mir und sagt mir damit, ich bin bereit zu trainieren. Ich weiß noch, wie mein Vater mich früher auf ein wildes Pferd setzte und sagte, halte durch. Dann wurde der Wille des Tieres gebrochen. Aber ich habe von anderen und aus eigener Erfahrung gelernt, wie man ein Pferd lesen kann. Und dass es viel einfacher ist, sie auf sanfte Art zuzureiten. Siehst du, wie es mir folgt? Auf die sanfte Tour macht John, der Pferdeflüsterer, das Tier gefügig. Man macht es klein, denn es sind Fluchttiere. Fast spielerisch, auf moderne Westernart, gewöhnt er junge Pferde an Sattel, Decke und Zaumzeug. Das Tier begreift schnell, dass es vor vielem keine Furcht haben muss und in seiner Bewegungsfreiheit kaum eingeschränkt wird. Dann nimmst du das richtig gut. Genau da. Da sind noch mehr Körner. Das ist sogenanntes Staubgold. Staubfeines Edelmetall, gebunden an Quarz. Wenn es roter Quarz ist, hat man Silber gefunden. Wenn es normaler weißer Quarz ist, Gold. 25 Jahre lang erlebte Silver City dank seiner Minen einen regelrechten Boom. Der Ort bekam als erste Stadt in Idaho Strom- und Telefonleitungen. 70 Gebäude aus dieser Zeit gibt es noch. Manche dienen als Wochenendhaus. Die meisten gehören den Nachfahren der Minenarbeiter. Viele von ihnen hatten deutsche Wurzeln. Fast die Hälfte der Einwohner von Idaho ist deutschstämmig. Auch Roger Nelsons Großvater kam aus Deutschland. Ein Besuch in der Geisterstadt motivierte Roger vor ein paar Jahren, das hiesige Hotel zu kaufen. Und den Drugstore, fasziniert von der Geschichte des ersten Besitzers namens Gettiels. Gettiels kam aus Pennsylvania, 1874. Er heiratete ein Mädchen, das hier im Hotel gebogen war. Die beiden hatten etliche Kinder und ein gutes Leben. Bis seine Frau an einer Zahninfektion starb. Was ihn dazu brachte, im Ort einen Zahnarzt anzusiedeln. Das hier war die erste und einzige Zahnarztpraxis der Stadt. Ganz schön furchteinflößend. Das ist ein Zahnarztstuhl aus den 1890ern. Mit Rosshaarpolstern. Er hatte sogar gepolsterte Kopfstützen, damit man stillhielt, während der Zahnarzt seine Arbeit verrichtete. Damals waren die Instrumente auf dem neuesten Stand. Das sind die Zahnwerkzeuge. Hier am Ende schraubte man eine Nadel an. Da in der Mitte kam irgendein Betäubungsmittel rein. Und dann stach der Dentist mit einer gigantischen Nadel in den Gaumen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, früher Patient gewesen zu sein. Denn das alles scheint doch eher für Pferde geeignet. Als die Edelmetalladern versiegten, interessierte sich kaum noch einer für den unzugänglichen Ort. Für heutige Besucher der Geisterstadt sind Allradfahrzeuge hilfreich. Das Idaho Hotel war schon zu Goldrauschzeiten, das hämmerte, erzählt man. Doch solche Zeiten gehören längst der Vergangenheit an. Die Biologen schöpfen nun wieder Hoffnung, dass sich die Zucht und Wiederansiedlung der Lachse dauerhaft auszahlen wird. Schon Ende der 1990er Jahre wurden die ersten Heimkehrer gesichtet. Seit einiger Zeit kommen in jeder Saison über 1000 Lachse zurück. Aber es gibt auch Rückschläge. Dieses Jahr hatten wir weniger als 100 Lachse, die es bis Idaho schafften. Denn die Rückkehrer mussten mit extremen Wassertemperaturen kämpfen. Im Columbia und Snake River waren die Temperaturen viel zu warm. Deshalb kamen nicht so viele Fische wie sonst. Aber weil wir das Nachzuchtprogramm haben, hatten wir sozusagen ein Sicherheitsnetz. Mit dem Samen der gefangenen Männchen und den Eiern der Weibchen werden jedes Jahr hunderte Rotlachse nachgezüchtet. So hatten wir genug Fische zur Verfügung, um 500 Lachse im See auszusetzen. Gemeinsam mit den Wildlachsen sollen sie nun den Bestand aufpeppen. In diesem See laichen sie in drei bis fünf Metern Tiefe. Das Wasser ist hier sehr klar. Das macht es möglich, die Laichaktivitäten der Lachse zu beobachten und zu dokumentieren, ob sie bereits ihre Eier abgelegt haben oder noch nicht. Die Nachzucht trägt Früchte. 2008 sahen wir mehr Lachse die Flüsse hinaufsteigen als in den 17 Forschungsjahren zuvor. Für uns ist es ein Erfolg, dass die Fische jetzt in grösserer Zahl ihren Weg vom Ozean zurückfinden als in der Vergangenheit. Irgendwie ist das in ihrem Hirn gespeichert. Die Lachse haben sich über eine so lange Zeit entwickelt, dass dies bei ihnen genetisch verankert ist. Sie wissen, wohin sie ziehen müssen und wann. Und sie wissen, was sie tun müssen, wenn sie am Ziel sind. Das liebe ich am meisten an unserem Zuchtprogramm. Wir können diese Tiere in Gefangenschaft halten, bis sie ausgesetzt werden und doch vermehren sie sich erfolgreich. Am Ende ihrer Wanderung sterben die. Ich bin ein Veranstaltungen teil, bei denen wir draußen unter freiem Himmel arbeiten. Für mich ist der eher impressionistische Stil eine große Herausforderung. Wenn ich im Studio bin und nach Fotografien male, kann ich mir so viel Zeit für jedes Detail nehmen, wie ich brauche. Aber hier draußen ändert sich das Licht und der Sonnenstand ständig. Die Schatten, die Wolken bewegen sich und ich muss viel schneller sein. Genau das wollte ich immer lernen. Wer den Snake River und seine Zuflüsse erlebt hat, kann verstehen, dass Idaho auch das Land der vielen Wasser genannt wird. Jahrtausende lang hat der Fluss sein Bett im vulkanischen Gestein ausgewaschen. Zu beiden Seiten des Ufers Basaltklippen. Die nährstoffreiche Erde und das warme Klima lassen Salbei, Wermut und Beifuß gedeihen. Vor gut 150 Jahren brachten deutsche, schottische und baskische Einwanderer Schafe mit hierher. Damals wie heute lebten die Tiere von den Kräutern. Bewacht von Pyrenäen-Hirtenhunden, getrieben von Border Collies. 1400 Schafe erzählt die Herde von Miguel, einem Landarbeiter aus Peru. Im Frühjahr zieht er mit ihnen in die Berge, im Herbst in die milderen Täler und im Winter in die Trockengebiete. Schafzüchter Robert Ball gehören die Tiere. 6000 besitzt er insgesamt. Manchmal schaut er vorbei, um nach dem Rechten zu sehen. Seit Jahren vertraut er auf Hirten aus Südamerika. Die arbeiten sehr gut mit den Schafen. Sie haben in Peru schon viel Erfahrung gesammelt und machen hier einen guten Job. Sie bleiben immer draußen bei der Herde, 365 Tage im Jahr. Die ganze Zeit über sind sie auf sich allein gestellt. Ich komme so ein, zweimal pro Woche mit Verpflegung und Trinkwasser vorbei. Sie hüten die Schafe nur von ihrem Pferd aus, begleitet von den Hunden. Alles gut? Keine Probleme? Nein, keine Probleme. Alles ruhig. Die vier weißen Hunde hatten kürzlich ein bisschen Ärger mit ein paar Koyoten. Die trauten sich dann aber doch nicht nah ran. Nur sein Radio hat Aussetzer. Ohne Musik wäre es hier draußen etwas trist. Sie vertreibt...